Wir müssen mehr Geld in die Kasse anziehen. Komm mal auf! Komm mal auf! Komm mal auf! Komm doch! Nein! 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 Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig! Spiel! Spiel! Oh! Boah! War das Jens? Jens! Hey, Jens! Jens! Ja, gute Aktion! Jobi, geht noch! Jobi, geht noch! Wollen wir ein bisschen aufgeteilt? Haben wir aufgeschrieben? Wir haben 10 Euro! Können wir ein bisschen aufgesetzt? Wollen wir einen guten Los! Ja, das ist wahr, Mann! Aber ein bisschen auf loan. Wir haben was mit quäile, gleich unten! Wenn wir... Mö men... Nein, denn ganz gut. Vielen Dank.